Herrgott, jetzt kennt mich bald keiner mehr. Was mach ich denn bloß? Was mach ich bloß? Am Ende steh ich ganzer Luder, weil mich keiner mehr kennt. Ich! Herrschof, Zeit, ein Kruzifix-Portl. Hast du mich jetzt da stehen? Auf den Tod vielleicht? Spaß nicht gehen, lach mich gleich. Lach mich gleich tot. Von mir aus? Danke schön! Das ist auch die Wahrheit. Und überhaupt, was machst du überhaupt da? Ich hab dir nicht gehofft. Ich hab auch nichts gehört. Was willst du denn da? Hast du vergessen, was wir ausgemacht haben? Ich vergiss nichts, auch wenn ich das ewige Vergessen bin. Und der gemeine Kern bist du auch. Was? Ich gebe es so. Was hab ich dir denn getan? Ja, gerade nur, dass es nicht zum Aushalten ist. Die Soffi. Das war mal gern. Du musst doch die Kugel nicht haben. Das war nicht vernötigt. Die Kugel hätte nie treffen müssen. Du konntest aber nicht sterben ums Verreckenen. Für die Kugel warst du gar nicht da. Dann hätte die Soffi also erst sterben müssen. Es ist irgendwann gewiss, aber nicht auf die Fett. Und nicht wegen dir. So, bei der Feig, der wäre verhaftet worden, wenn dich die Kugel damals gewischt hätte. Und dann wäre er auch nicht mehr ausgebrochen. Dann ist die Soffi zwecks meiner gestorben. Könntest du ihm halt schon sagen, wenn man will, ja. Wie soll ich da weitergehen? Du musst ja nicht, Katz. Das ist ein Klose mit Karrenstein. Das brauchst du nicht, Eifeltenwandel. Ich hab' nur ein paar Jahre. Willst du jetzt etwa einen schlechten Kerl machen? Die Dach hat gar keine Rede sein. Mein Schmarr hat sie nur grad in der Nähe hält. Und ich hab' mir gedacht, schau'n sie doch mal zum Kasper. Der hat sich doch immer so einen feinen Kärfstausch. Geil, Herr Wetterwitt. Ja, magst du den vor? Der Kasper, der, du hast doch gesagt, die Tritt, die immer so einen argen Vertrus hat. Aber was hast du denn durchgeführt für ein Vertrus? Hey, wennst du willst, dass ich immer Gaudi hab bei dem, was ich tue? Und wenn die da trocknet, wenn die Wunder, dann kannst du dich hier da rennen, mein Lieber. Ja, du bist die Toilette-Eigner, Herr. Ja, schon lang nicht mehr. Was? Ja, wer ist denn da, der Herr? Mit dem Portners-Felst. Der heilige Petrus. Ja, akkurat der. Und der Michael. Der muss eine Einwand werden. Der Michael. Der Michael. Der Schägel. Flabetschwert. Ratschpäck. Und hinaus aus dem Paradies. Der Michael. Das Paradies. Ja, warte. Gibt es wirklich das Paradies, so? Ja, freilich. Du bist so einig, wie mich können es da nicht brauchen. Ich komm halt grad bis an die Pforte. Und? Wie schaut es jetzt aus an der Pforte? Ja, wie im Paradies sag ich dir, ja. Hast du nicht grad gesagt, du kannst bloß bis zu den Porten? Ja, schon über den. Ja, aber wie willst du da wissen, wie es im Paradies ausschaut? Ja, das weiß ich schon. Da gibt es nämlich ein geheimnis Platz. Geh, erzähl. Gleich neben der Pforte. Ah, was? Da kannst du direkt reinschauen. Im Paradies. Wenn ich dir doch so. Ja, so. Warte, wie schaut es jetzt aus im Paradies? Da fehlen mir gleich die Worte, so schön ist da, ja. Eigentlich wie bei euch ruten, aber noch schöner und noch prächtiger, ja. Was? Hier schön springen, der Rubio, und keiner unter 14 in der... Aber gibt's denn das auch? Wenn ich dir doch so... Guckst, guckst, der Boi. Nein, schau ins Paradies. Ah. Du willst jetzt... Du musst jetzt auf dein Kahn steigen, hm? Nein, nur eine Stunde. Ich bringe ihn auf, du werfst den Blick aufs Paradies, und dann fuhre wir runter und dann bringe mal was. Der steigt mich da. Du, 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 du kannst mich jetzt da eine Stunde wieder herbringen. Ja. Zu bei nötig. Ganz gewiss. Ich weiß nicht so recht, Bando. Musst ja nicht, wenn dir mein Wort nicht mehr gilt. Also, Wortbrüchig bist du noch nicht geworden, aber... Dann geb ich dir jetzt mein Wort. Wenn du magst, dann sind wir eine Stunde wieder hier. Was singt? Singt euch schon gern das Parodys. Dann mach mir's doch gleich. Geheimtelig. Du meinst? Ja, drübenst du, kürz, gell? Zum Wohl. Aber da! Das ist gut, dann scheuen wir das Parodys um. Ja, hier, die Haare sind schon draußen. Aber, doch, Wortl, die Tür bleibt voll offen, gell? Ja, ja, alles bleibt offen.